Ich wüsste so gerne, was ich in der Nase habe. Ja, in den Fuß! Habt ihr es gesehen? Bin ich dreist! Ich bin so ein richtiger Hund, oder? Fuck, Mann! Warum spawn ich auf unseren verschissenen Turm der Reudigkeit? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge der Dummdödel Challenge. Ihr wisst, letztes Mal habe ich gewonnen. Ich muss also jetzt warten, bis der erste Spieler drei Punkte hat. Ich bin noch in der gleichen Lobby wie gerade eben. Ich kann starten. Ich dachte mir, Alter, es läuft gerade so. Ich muss jetzt direkt das nächste hinten dran kloppen. So, oh, das ist... Ich bin auch... Fuck, oh, es läuft überhaupt... Scheiße! Was für ein Start! Oh, Mann, ich dachte, ich kann irgendwie auf diesem Sieg hier so vom Gefühl her aufbauen. Aber ob das so leicht funktioniert, ich weiß es nicht. Ich habe letztes Mal ziemlich hart gewonnen. Da habe ich PewDiePie gerade so abgenippelt. War ganz klar, dass ich das gewonnen hatte. Oh, Pablo Escobar spielt mit. Äh, hallo, Dude. Okay, Dude. Alter, 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 mein Aim ist ja wirklich on point, ne? Hupala. Wie ungeschickt von mir. Zwei AP. Super geil. Da pimmelt, da bin ich direkt weg. Team Gaben. Es kann doch nur ein Hurensohn sein, oder? Du hast doch, da hätte ich die Messer immer einsteckt, da der Dricksack. Oh, Mann. Jetzt kommt er! Du räudige Stück Affenkötel. Ich werde gerade so niedergemacht hier. Oh. Nein, hör auf, da rum zu jumpen. Okay, okay. Vor allem jetzt habe ich einen Run. Oh. Oh. Fast noch den Nächsten geklatscht. Es war sehr, sehr knapp. Oh. Die Block hat dann mich doch gekillt. Sonst wäre ich voll unangenehm runtergefallen. Dann wäre er hier starb. Und mit Zucht zu dir, Dreckarsch. Ich komme. Ich neige dich tot. Alter. Alter. Ich hätte mir aber fast der Sack geplatzt, ey. Oh, scheiße. Keiner. Nein. Shit, 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 shit. Nein. Scheiße, ich wollte noch schnell weg. Ey, ey, ey. Ich habe die Leute sogar wieder aufgeholt. Ich weiß echt nicht, was gerade los ist. Ich will es zugeben, was ich in der Nase habe, ey. Seit dem letzten Spiel habe ich ein Haar in der Nase oder so. Okay, nein. Nein. Der Mate frackt mich an, weil er denkt, ich wäre ein Feind, ey. Super. Oh. Okay, läuft, läuft. Aus seinem scheiß Turm schießt er mich ab. Wisst ihr, ich gehe direkt in die Action. Was macht er? Er kommt aus seinem schmuckten Turm gesprungen. Er klaut mir die Kills. Okay. Pass auf, pass auf, wie ich den Turmerich wegkla... So, siehst du nicht aus. Da hätte es noch einer gelaufen. Alter, ich habe doch gerade meine Waffe gewechselt. Oh, Pech für dich, mein Sohn. Kriege ich, dass da gleich einer hochkommt und mich totknifen will? Oh, hallo, Leute. Was macht ihr denn hier? Die verkampen sich hier. Ich bin gerade ziemlich on point. Feind. Kommt auf einmal geflogen. Krass, wie wahnsinnig. Natürlich, Adam. Natürlich. Das glaube ich dir aufs Wort, mein Sohn, ne? Dass du mich triffst. Aber ich habe ihn noch geholt. Ey, diese scheiß Camper da oben. Campe ich auch die ganze Zeit so hart? Nee, oder? Bin doch fast durchgenommen. Am Racen. Geht's hoch, Alter. Ich will den Knifen. Wenn ich ihn nicht geneift bekomme, raste ich aus. Oh, wo ist er? Was kommt davon, weil ich irgendwelche Mordgelüste habe, Mann? Ja, klauen mir. Drecksack. Nein, nein. Ich wollte noch meinen Kill haben. Wie viel habe ich ihm geben? 86. Oh, das freut mich natürlich, wenn ich ihn dann noch abgeben darf, den Kill, ne? Klar, ist geil, ne? Ja, ist geil. Ich habe einen riesigen Vorsprung gehabt, ne? Fuck, Mann. Warum spawne ich auf unseren verschissenen Turm der Reudigkeit? Ja, in den Fuß. Habt ihr es gesehen? Der ist so richtig geflogen, der Kerl, Alter. Raste ich aus, wenn ich sowas mitbekomme, ne? Raste ich aus. Ich bin ganz ehrlich, weil sowas raste ich aus, ne? Was machst du denn hier? Bin ich dreist. Ich bin so ein richtiger Hund, oder? Oh, ja. Nein, geh weg. Ich habe einen Knife. Was? Habt ihr mir gerade geklaut, Pablo? Du räudige Stück Affenkacke. Bicke, bring mich um. Oh, ja, lass mich dich töten. Okay. Leute, Leute. Leute, jetzt mal ohne Flachs. Verpiss dich mit deiner Pumpkin, Mann. Nein. Was macht ihr? Ich wurde geneift. Ey. Ich raste gleich aus, ne? Ich wurde eben geneift. Ich habe verloren. Was? Alles klar, ich verstehe schon. Leute, beim nächsten Stream mit Ding spielen. Eine Runde mit euch, ja. Mit Xbox-Controller. Ihr wisst Bescheid. Mit Lenkrad, ne? Auf jeden Fall Daumen nach oben gehen, weil ich alle gepippelt habe. Und trotzdem verloren habe. Daumen. Ich will die Daumen sehen, Kinder. Und eins habe ich euch noch. Auf jeden Fall zu sagen. Hört mal zu wegen dem Krebsmittel. Was man einfach aus Haushaltswaren herstellen kann. Und zwar... Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder.